Mein Name ist Reinhold Dürr und ich bin Brustkraftfahrer bei Discloser Brauerei. 1980 habe ich angefangen und werde das nächste Jahr 40 Jahre, wo ich bei Discloser bin. Und das ist eigentlich meine Welt, wo mir richtig Spaß macht. Das rumfahren, mit Kunden, mit Leuten zusammenkommen. Guten Morgen Christiane. Mein Alltag ist, dass ich morgens reinkomme, meine Papiere nehmen, meine Ladung kontrolliere und dann fahre ich schöne Touren, große Touren, ob Taubertal, ob Odenwald, kleiner Odenwald. Ich finde es schon sehr angenehm und entspannt, beruhigend. Keine Berufung. Kein Beruf, das ist Berufung, sonst wird man kein Bierfahrer. Das ist so, das ist so. Ich bin einfach ein glücklicher, zufriedener Mensch, bilde ich mir ein. Und das soll auch recht lang so bleiben, hoffe ich. Christiane, dafür gute Zeit, dass wir zu dem unterbleiben. So ist es.